Nun Mädchen, um mit den Fröschen zu kämpfen, müssen wir ihre Schwächen kennen. Wer kennt die Schwächen der Frösche? Wer kann helfen? Stella, Dramaqueen. Sie weint aus jedem Grund. Senja, sie rasiert sich den Schnurrbart und die ganze Schule weiß Bescheid. Ist das eine Schwäche? Blondie hat ein miserables Gedächtnis, sie vergesst immer alles. Mädels, ist das jetzt euer Ernst? Die ganze Schule weiß das schon. Wir müssen ihre Geheimnisse herausfinden. Das wird unser Vorteil werden. Also, wer weiß was? Mädels, ich kenne die Schwäche von Blondie. Knopper, woher weißt du das? Nun, ich war doch mal ein Frosch. Knopper, komm schon, erzähl es uns. Okay, ich werde es erzählen, aber wenn überhaupt, dann war es nicht aus meinem Mund. Nun, Blondie hat keine Augenbrauen. Was ihr seht, ist mit einem Bleistift gezeichnet. Knopper, das ist eine echte Schwäche. Smile hasst Mädchen mit aufgemalten Augenbrauen. Wer weiß noch was? Diana, weißt du, was ich über Senja herausgefunden habe? Ihre Schwäche ist, dass sie Pickel auf den Hüften hat. Es ist wirklich nicht schön, sowas zu hören. Oh mein Gott, hat Senja nicht noch eine andere Schwäche? Nastia, was ist denn mit Stella? Diana, ich habe Stellas Schwäche herausgefunden. Sie hat Angst in der Dunkelheit. Sie bekommt riesen Panik in der Dunkelheit. Toll, Mädels. Deshalb werden wir heute ihre Schwächen zu unserem Vorteil nutzen. So, und jetzt machen wir uns für die Schule fertig. Auf geht's in die Schule. Frösche, haltet euch fest. Max, komm schon, ich glaube, du gewinnst. Und Tor. Yeah. Mal, das zählt nicht. Jetzt geht's los. Es hat noch nicht begonnen. Hey, hey. Meine Familie und ich lieben Tiere sehr. Deshalb haben wir beschlossen, diesen verlassenen Zoo zu retten. Lade unser Spiel herunter, um dich um alle Tiere zu kümmern und uns zu helfen, den besten Zoo der Welt aufzubauen. Wir sehen uns im Spiel. Das stimmt. Mädchen. Mädels, wenn die Jungs gut drauf sind, gehen wir mit ihnen einkaufen. Das wird riesig. Ja, okay. Stimmt. Der eine Rock gefällt mir so gut. Er ist perfekt für den Club. Alles mit Pailletten. Stella, geh und sag Timo, dass wir einkaufen gehen wollen. Los, geh hin. Jungs, werdet ihr lange spielen? Wir haben einen Plan. Wir wollten vorschlagen, warum gehen wir nicht zusammen einkaufen. Stella. Ja, einkaufen. Das geht schon wieder los. Ich möchte nicht einkaufen gehen. Nee, Mädels, das nächste Mal gehen wir einkaufen. Mein Geld ist zu Hause, ja? Ja, und ich muss zu Hause erst mal mein Handy aufladen, okay? Sie lügen, ganz sicher. Oder vielleicht auch nicht? Ich habe genug von diesem verrückten Footballer. Dima, bitte. Bleibt hier stehen. Warum seid ihr nicht beim Unterricht? Julie, jetzt aber. Dima, hör auf. Mach keine Dummheiten, ja? Kostja, vermassel es nicht. Bros, ich kann das hier nicht. Es sind zu viele Menschen hier. Komm mit, dann gehen wir auf die Toilette. Dima spinnt. Dima spinnt. Smile, wo ist Dima spinnt? Ich habe schon lange vergessen, wo ihr spinnt ist. Dima, tu es nicht. Dima, gib mir die Kiste, bitte. Hier ist ihr spinnt. Okay, Grünstoff kommen wir nicht so nahe. Ich werde meine Beziehung zu Dima zurückgewinnen. Versuch nicht, das Geschenk zu stehlen, okay? Dima, du hättest dieses Spiel nicht beginnen sollen. Ich bin nicht Dima. Damit kommst du nicht durch. Dima, Dima, wo ist das Geschenk? Hier im Schließtag, es ist vollbracht. Meine Gefühle, ich entscheide. Grünstoff, hat Dima dich wieder verlassen und ist Diana nachgelaufen? Lass uns nicht über Dima und Diana sprechen. Reden wir lieber über das Einkaufen. Smile, ich habe so ein schönes Kleid gesehen. Ich bin sicher, dass es mir passen wird. Kauf es mir. Smile, wenn ich du wäre, würde ich die Klappe halten. Hast du vergessen, wie du Diana nachgelaufen bist? Leute, ich brauche euren Rat. Lauf Dima nicht mehr hinterher. Ich habe die Nase voll von Dima. Immer verschlimmert er alles. Wie cool. Alle machen Schluss und unsere Beziehung fängt gerade erst an. Stimmt's? Ja, Schatz. Haha, Frösche. Seid nicht so stolz. Die Basketballer sind nicht ohne Grund bei euch. Ja, sie benutzen euch nur. Eis, hier ist das Trinkgeld. Was? Das ist das Trinkgeld? Das ist doch nur Kleingeld. Nun, ich habe dir alles gebracht, was sie dir gegeben haben. Pizza, geht es um mir so oder klaust du das Trinkgeld? Das ist nur Kleingeld. Die geben normalerweise richtig viel Trinkgeld, okay? Eis, glaubst du mir nicht? Du kannst in meinen Taschen nachsehen. Ich habe dir alles mitgebracht. Es waren nicht so viele Leute. Okay, okay, zeig mir deine Taschen. Eis, ich habe wieder Probleme. Ryan, gleich, okay? Pizza, hör mir zu. Wir sind zusammen und arbeiten zusammen. Das Trinkgeld ist also für uns beide gedacht, okay? Eis, ich lüge nicht. Ich habe das Trinkgeld nicht gestohlen. Eis, bitte mach mir einen Milchkaffee. Ich wurde von der Schule für Design weggeschickt. Das Kleid, das ich genäht habe, hat Ihnen nicht gefallen. Ryan, setz dich. Ich bring dir gleich den Kaffee, ja? Pizza, nimm die Bestellung auf, okay? Oh Mann, Ryan ist heute aber wütend. Ich wollte noch mit ihm reden. Layla, wen kümmert's? Ryan, schließt du dich uns an? Na komm schon. Jana, warum? Siehst du nicht, dass er schlechte Laune hat? Wenn er wütend ist, dann schreit er. Oh, hallo Mädels. Könnt ihr mir ein Milchkaffee spendieren? Ich habe heute so einen schrecklichen Tag, okay? Hey, du mein Herr. Wir dachten, du würdest uns einen Milchkaffee kaufen. Jana! Ryan, was ist passiert? Du kannst uns alles erzählen. Ich bring es jetzt. Mehr Päckchen Zucker, bitte. Und könnt ihr den Tee mit Schokolade verfeinern? Frösche, seid ihr bereit, eure Schwächen zu zeigen? Frösche, seid ihr bereit, aufzugeben? Wartet, die Frösche sind nicht hier. Richtig, Bunnies. Die Frösche sind nicht hier. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, schreit nicht. Ryan fühlt sich schlecht. Und macht euch bereit. Layla unterrichtet heute. Bunnies, seid ihr bereit, euren scharfen Verstand zu zeigen? Lehrer Mike ist heute abwesend. Ich vertrete ihn heute. Puh, gut, dass ich nicht in der zehnten bin. Gigi, Jana ist eure Vertretungslehrerin. Oh nein, Patrick. Alle außer Jana. Layla, sei nicht frech. Sonst kommen auch deine Schwächen zum Vorschein. Und du wirst dich den Fröschen anschließen. Quark, quark. Ich frage mich, wo die Frösche sind. Als ob sie von unserem Plan wüssten. Oh, ich kann es kaum erwarten, Blondie die Augenbrauen abzuwischen. Diana, ich habe die Feuchtdücher in meiner Tasche. Und ich kann es kaum erwarten, bis Stella auf die Toilette kommt. Und dann schalte ich das Licht aus. Und was soll ich mit Senjas Pickeln machen? Okay, los geht's. Schon wieder ich? Warum trage ich es immer? Weil meine Ex-Freundin da ist. Knopper, du entscheidest selbst. Jeder kämpft um seinen Freund. Oh, Pizza. Was ist da in meiner Schokolade? Mädels, die Schokolade ist schlecht. Bitte ändere das. Ich möchte eine neue Tasse haben, bitte. Was ist los mit der Schokolade, Cheerleader Bunny? Sag mir, kommt schon, meine Schokolade ist die beste, okay? Da war ein lilanes Haar in der Schokolade. Von dir bestimmt. Wie? Pizza. Wenn du in unserem Café arbeitest, solltest du bitte eine Mütze tragen, damit deine Haare nicht in unsere Tassen fallen. Verstehst du? Ich komme gleich wieder. Nastia, war da jetzt ein Haar? Nein, Mädchen. Ich will nur, dass sie läuft. Hallo? Hallo? Weißt du, ich habe heute viel Geld verdient. Ich hatte eine Kundin, die die Hälfte des Ladens gekauft hat. So können wir am Wochenende zusammen feiern. Und, wollen wir uns treffen? Ich sage dir, ich werde für dich bezahlen. Ich habe heute gutes Geld verdient. Was hältst du davon? Ich rufe dich zurück. Was machst du hier? Hallo, Mia. Ich bin wegen dir da. Heute gibt es kein Training mit den Cheerleader Bunnies. Oh mein Gott. Sind die Blumen und die Luftballons für mich? Ja, für dich. Willst du sie annehmen? Ja, das werde ich. Aber das hättest du nicht tun sollen. Warum bist du in dem Kostüm in meinem Laden? Ich kann es ausziehen, wenn du willst. Also ist kein Problem. Nein, nein nicht. Brauchst du nicht. Mia, ich möchte dich ins Kino einladen. Ich habe zwei Tickets und einen freien Tag. Willst du mit mir ins Kino gehen und so? Willst du mit mir ausgehen? Holst du mich dann ab? Äh, ja klar. Gehst du also mit? Ja, natürlich. Ich brauche ein paar Minuten, um mich vorzubereiten. Ja. Okay, Mia, lass dir Zeit. Ich habe ja hier Zeit. Ich werde warten. Frösche, seid ihr bereit, eure Schwächen zu zeigen? Frösche, seid ihr bereit, aufzugeben? Komm her, du rosa Affe. Komm her, du rosa Affe. Oh, Grünschopf, du bist es wieder. Hör zu. Ich brauche die immer nicht. Wir sind auf der Suche nach Fröschen. Hast du sie gesehen? Du weißt es, Diana. Du solltest keine Witze mit mir machen. Du hättest dieses Spiel nicht beginnen sollen. Grünschopf, hau ab. Ich werde es dir zeigen. Grünschopf, bleib ruhig, okay? Bleib ruhig. Frösche, seid ihr bereit, eure Schwächen zu zeigen? Frösche, seid ihr bereit, aufzugeben? Frösche, seid ihr bereit, eure Schwächen zu steigen? Seht ihr das nicht? Die Frösche sind wieder nicht hier. Haltet mich nicht fest. Ich habe die Schnauze voll von euch. Von wegen Freunde. Grünschopf. Oh Mann, wo sind sie? Sie verschwanden auf magische Art und Weise. Dann werden wir heute üben. Lasst uns umziehen. Oh Mädels, seht euch das mal an. Ein Geschenk. Smile trifft sich mit den Frogs, aber er vergisst mich nicht. Diana, zeig es uns. Beginnen wir mit der Nachricht. Beginnen wir mit der Nachricht. Ich glaube, Smile will sich jetzt bei mir entschuldigen. Und wir haben nichts bekommen. Diana, lass uns von vorne beginnen. Wir werden das coolste Paar sein. Ich liebe dich, mein Stern. Wow, Smile gesteht seine Liebe. Und Timur nichts. Und Max auch nicht. Du hast diesen Streit angefangen und jetzt bekommst du Geschenke von Smile? Mädels, wenn ich mit Smile Frieden schließe, dann werdet ihr auch mit euren Basketballern Frieden schließen. Mal sehen, was in der Schachtel ist. Das habe ich dann auch. Das habe ich auch gesagt. Das war so richtig. Okay, auch mal dazu. Das war so gut, ey. Ja, viel Spaß. Frösche und die Basketballspieler. Mädchen, wir verstecken uns in den Spinden. Die Bunnies sind heute nicht in der Schule. Sie haben verstanden, dass die Frösche regieren und die Basketballer beschäftigt sind. Die Bunnies sollten nicht mehr hier sein. Nastia, hast du die Frogs gehört? Ja, Diana, hab ich. Komm, lass uns rausgehen und Blondies Augenbraue wegwischen. Mädchen, wovon redet ihr? Sagt es mir. Ich bin hier eingepfercht. Mädels, ich habe gehört, dass jemand von den Frogs mit den Basketballspielern rummacht. Ich hoffe, es sind nicht Stella und Timur. Mal, dich zu küssen war das Beste, was mir je passiert ist. Gehen wir nach der Schule zu mir nach Hause? Ja, nach der Schule, ja. Das war's. Blondie ist tot. Diana, warum sind wir nicht früher rausgegangen? Vor den Basketballspielern? Mädels, wir trainieren heute nicht. Wir müssen es diesen Fröschen zeigen. Das mit Max werde ich Ihnen nicht verzeihen. Nun, Schüler. Hallo. Ich vertrete heute Lehrer Mike. Ich sehe, die Bunnies sind gar nicht hier. Nun, das ist gut. Sogar besser. Also, unser Thema heute ist... Schatz. Können wir etwas Ruhe haben? Anderenfalls werden Timo und Stella rausgehen. Kostja, ich frage mich, ob Diana mein Geschenk schon geöffnet hat. Dima, du versuchst das ergeblich. Sie wird am Ende wieder zu Smile gehen oder sowas, okay? Dann willst du meine Hoffnung zerstören. Nachdem sie mein Geschenk geöffnet hat, wird sie nicht mehr zu Smile zurückgehen. Footballspieler, ich kann alles hören. Ich bin nicht Lehrer Mike. Ihr werdet in meiner Stunde ganz still sein. Öffnet eure Notizbücher. Ich habe keins, okay? Oh, du hast kein Notizbuch. Jetzt hast du eins. Jetzt hast du eins. Hallo zusammen. Schüler, ich vertrete heute den Lehrer. Grünschopf, du wirst dir in meiner Stunde nicht die Lippen schminken, verstehst du? Okay, gut. Lass mich mein Make-up machen. Das werde ich. Smile, nimm die Füße vom Schreibtisch. Das ist dein Klassenzimmer und kein Kino. Hey, sei nicht so unhöflich zu Smile. Smile, sitze wie du willst. Unser heutiges Thema sind also schwere Elemente. Öffnet eure Hefte. Schwere Elemente? Was ist das für ein Thema? Weiß jemand, was die schweren Elemente sind? Wir wissen es auch nicht. Blondi. Jetzt werde ich für so kluge Leute wie dich erklären, was schwere Elemente bedeuten. Jana, hallo, entschuldige, dass wir deinen Unterricht unterbrechen müssen. Max, hast du Shen ja schon genug geküsst? Wow, die Bunnies sind also doch in der Schule. Bunnies, eigentlich habe ich gerade Unterricht, dich stört. Jana, wir werden nicht lange brauchen. Mary, die Tücher. Hört zu, Bunnies. Spielt euch hier nicht auf. Bros, sag ihnen irgendwas. Was soll ich ihnen sagen? Es sind die Chili da. Smile, erinnerst du dich, dass du gesagt hast, du magst keine Mädchen mit aufgemalten Augenbrauen? Hast du das erzählt? Ja, kann sein. Und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt Blondi magst? Hey, meine Augenbrauen sind echt. Haben das alle gehört? Meine Augenbrauen sind echt. Versteht ihr? Sollen wir nachsehen? Hier, Smile. Schau. Die ganze Augenbraue ist hier auf dem Tuch. Weißt du, Smile, du solltest meinen, was du sagst. Blondi, bedeutet das das, was ich denke? Nein, Smile, ich erkläre dir alles. Das war's, Jana. Du kannst jetzt mit deiner Lektion weitermachen. Ich danke dir. Fahren wir fort. Bunnies. Gut gemacht. Wir müssen jetzt den Rest der Frösche aufdecken. Also Leute, abonniert den Kanal, gebt den Daumen hoch und drückt die Glocke. Wartet auf unsere neuen, coolen Videos. Wir sehen uns bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020